So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe, nämlich suche das versteckte O im Ladebildschirm, offene Gewässer. Den Ladebildschirm haben wir hier und wartet, ich kann euch das direkt zeigen, im Spind. Hier ist der Ladebildschirm, hier sind die zwei am Angeln und genau hier drunter befindet sich das O. Aber wir werden das natürlich auch so rausfinden, dazu gehen wir in Gruppenkeil, würde ich sagen, weil Solo werden da zigtausend Leute rumlaufen. Oder? Ne, wir machen es nicht in Gruppenkeil, wir machen es in Solo. Auch wenn da einige landen werden, aber im Prinzip dürfte das kein Problem sein, dass ich euch jedenfalls zeige, wo es ist, selbst wenn ich weggeholt werde. So, dann erstmal danke an den, der eben abonniert hat. Ich habe es leider nicht gesehen, wer es war, ansonsten hätte ich dich gerne gegrüßt. Und ihr wisst ja, jetzt fehlen nur noch sechs Abonnenten, dann kommt schon die zwölfte Zahl unten vom Paysafe-Code dazu. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Paysafe-Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. Dann möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die jetzt so in den letzten zwei Stunden kommentiert haben. Ich habe auch eben gerade, ich war schnell eine Rauchen, habe erstmal allen geantwortet. Ihr wisst ja, jeder, der schon mal einen Kommentar abgegeben hat, irgendeine Reaktion von mir gibt es immer. Die kann aber auch sein, dass es einen Tick später kommt, weil YouTube an sich zeigt die mir sehr, sehr spät an. Und auch die Analytik-Apps, wo ich die Kommentare auch sehen kann und auch Benachrichtigungen bekommen drüber, zeigt es mir auch manchmal sehr spät an. Also wundert euch nicht, wenn ihr nicht direkt eine Antwort bekommt, aber ihr bekommt definitiv zu, ich sage jetzt mal wirklich, 99% eine Antwort. Weil, wenn ich es nicht sehe, kann ich es auch nicht beantworten. Aber ich gucke halt immer wieder, auch bei YouTube selber direkt, ob da eine Antwort ist, beziehungsweise eine Frage. Und in dem Fall werde ich sie natürlich immer beantworten. So, wir sind auch direkt von der Flugroute genau richtig, aber schon auf jeden Fall viel zu spät rausgesprungen. So, wir müssen aber nicht da hin, sondern wir müssen da hinten hin. Aber das werden wir safe noch schaffen, dann müssten eigentlich die ersten Chaoten, müssten dann schon weg sein. Deshalb bin ich nämlich jetzt extra mal da hingeflogen, aber ich kann euch auf der Map trotzdem schon mal zeigen, wo es ist. Nämlich da. Also, falls ihr jetzt nicht gucken wollt, wie ich das O hole, da misst ihr hin. Unter dem Haus, an dem Felsen, da werdet ihr auf jeden Fall das O finden. Wir sind ja jetzt gleich fast da. Und wie gesagt, wenn ich dir bisher schon öfters mal helfen konnte, oder auch jetzt erst helfen konnte, lass doch gerne ein kostenloses Abo, da kostet dich nichts. Und du kannst gleichzeitig noch die Aufgaben machen und kannst sogar noch 10 Euro gewinnen. Also von daher, du hast ja nichts zu verlieren. So, da oben gleitet auch noch einer rum. Ja, da kommt schon der Nächste. Ich hoffe halt nur, dass da keiner direkt hingeht und Hauptsache Kills abgreifen. So, wir müssen hier hin. Und da ist das so. Stimme weg. Jetzt haben wir hier keine Waffe. Ne, hier unten ist auch nichts. Also, wie gesagt, da oben ist es dann. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Ladebildschirm und den restlichen Aufgaben. Wie gesagt, ich habe euch jetzt alle hochgeladen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Wie gesagt, gerne mit dem Abo bedanken. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Stimme ist weg.